Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Und ich versuche jetzt von mir hier ein Secret zu holen. Doch das ist eine andere Frage. Ihr wartet wohl, dass ich direkt in euer weit geöffnetes Maul falle. Aber das könnt ihr knicken. Scheint gar nicht so schwer zu sein, wie ich dachte. Okay. Okay. Oof. Yay. Ja, du versteckst dich da, hm? Feiges Ding, du. Okay, ich bin auch gerade ein bisschen feige, weil ich von oben runterschieße, aber trotzdem. Na gut, okay. Dann komme ich jetzt gleich mal zu dir, du kleines Krokodilchen, du. Hui! Tja, ich bläge dich nicht mit mir an, dann lebst du länger. Okay. Obwohl, ach nein, warte mal. Obwohl, ne, hinter der Katze war ja nichts mehr, ne? Da hatte ich ja eigentlich schon geguckt. Okay. Wenn doch, ist jetzt auch egal, ich komme nicht mehr zurück. Hm. Den Raum kennen wir doch auch noch gut. Oh, habe ich schon wieder voll. Na sowas. War das nicht ein braves Mietze-Kätzchen? Hat sich ganz easy abballern lassen. Ich bin so gewohnt, dass hier ein Schalt ist, dass ich gerade ganz verwirrt bin, dass hier keiner ist. Nein. Ah, fuck. Nein. Nein. Ah, fuck. Okay. Na komm. Aua. So doch nicht. Au! Och Mensch, Kinders! Wird aber auch krank! Ähm, das wollte ich nicht! Meine Güte! Ist ja aber auch angriffslustig, ey! Ah, hier ist ja gar nichts! Oder sowas! Hm... Ah! Na, krieg ich hier nicht ein Kontrollpünktchen? Böse! Böses Spiel! Ah! Was, das ist ein Secret? Okay, ich dachte schon, es würde auf Zeit gehen, aber... Ist doch netter als ich dachte, okay. Puh! Okay. Au! Mann, oh! War doch eigentlich immer eine Mumie! Ja, eine Mumie wäre mir gerade lieber! Mann, Mann, Mann! Hi! Wow, wow, wow! Puh! Wir haben gerade noch über dich gesprochen! Hier gibt's auf jeden Fall feine Sachen! Da oben ist auf jeden Fall ein Secret! Okay... Ah, verstehe! Ah! Ich verstehe noch mehr! Wow! Warum dreht sich die Kamera so komisch? Ah! 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 Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, sie hält sich nicht fest! Ah! 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 Wow! So! Wollen wir die einfach so dranspringen? Nee, natürlich nicht! Na gut! Moment mal, ich habe ja jetzt schon die drei Artefakte, oder? Ja. Dann fehlt ja jetzt nur die Reliquier. Easy schmiezy. Okay, und jetzt? Hä? Was hat das jetzt gebracht, bitteschön? Muss ich hier noch irgendwo mit dir schießen, oder so? Oder war das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wie gut, dass ich hier speichern kann. Hm. Ah, ich habe es geschafft. Ein Wunder. Oder vielleicht auch kein Wunder, ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ah, okay. Jetzt muss ich das machen. Bleibt ihr jetzt mal bitte da? Ich glaube, die bleiben jetzt endgültig nach vorne geschoben. Wow, wow, wow. Ist hier zumindest ganz danach. Aus! Trotzdem lieber ein bisschen beeilen, gar nicht lange über die Sprunge nachdenken, sonst geht's schief. Hä? 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 Okay. Geschafft. Ich glaube, das war vielleicht sogar unter anderem immer mein Fehler. Dass ich hier einfach zu oft darüber nachgedacht habe, keine Fehler machen wollte und dann erst recht dadurch Fehler gemacht habe. Ja. 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 Nein, das wollte ich nicht. Okay. Ach, hier ist doch jetzt schon... Äh, hier. Ende. Dann weiß ich sogar, wo die Reliquie ist. Ich weiß nicht, wie wir sind. Was? Ah, verstehe. Okay. Feder und blaue Vase. Okay. Feder und... Ja, ist hier sogar schon richtig. Vielleicht noch ein bisschen gerader. Irgendwie so. Hm, danke. Okay. Dieses komische Gedöns und die weiße Figur. Okay. Hier ist das komische Gedöns und die weiße Figur ist da. So. Vielleicht muss ich nach hier schieben. Wow! Na, komm her. Komm her. Hallo. Hallo? So. 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 sind alle draußen. Bevor ich dann weitermache, hole ich mir jetzt erstmal die Reliquien, bevor ich das vergesse. Das ist noch eine der einfachsten Reliquien, finde ich. Die hole ich mir eigentlich immer. Weil? Why not? Ha! Mumifizierte Katze Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet im antiken Ägypten wachsender Beliebtheit erfreute, wurden häufig mumifizierte Katzen an Pilger verkauft, die diese zu Ehren der Göttin opferten. Arme Kätzchen. Aber naja. Ist dann halt so. Gut. Was haben wir dann hier? Hm, Muni. Dieses komische F und die zwei Lampen. Okay. F und zwei Lampen. Lampen, 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 Lampen. Hier sind die zwei Lampen. Das ist dann auf jeden Fall gut. Da war nix. Hier ist wieder was. Vogel und grüner grüner Blumenpott. Vogel und Blumenpott. Hier ist der Vogel. Okay, fast. Das heißt, der hier ist noch nicht so ganz hundertprozentig. Ha! Okay, ich hätte noch die Möglichkeit gehabt, mir die Reliquie zu holen, aber okay. Ende im Gelände. Cool. Wir haben es wieder geschafft. 24 Kills. Ganz schön viel. Vorräte 30. Drei von drei Artefakten. Und die Reliquie haben wir auch. Alles super. Freigeschaltet. Outfits, Reliquien und Galerien. Yes, please. Oh, ohne Soundpack sogar. Cool. Okay. Ja, eine gute Partlänge haben wir auch erreicht. Von daher, ja, alles easy peasy. Und wir sehen uns dann im nächsten Part dann wieder, wenn wir den Obelisk von Kamun in Angriff nehmen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, oui.